Hier ist es noch eingepackt, das P-Connet, super leichtes Plastik-Connet und das Weihnachtsgeschenk für Alexander. Ich werde es jetzt auspacken. Ja, hier ist es jetzt ausgepackt, super leicht. Und ich habe mich für das 2. Dennis Wickmundstück entschieden. So, und ich versuche es erstmal zu halten, so. So, und ich werde es jetzt auspacken. So, und ich werde es jetzt auspacken. So, und ich werde es jetzt auspacken. Ja, das wird mit Sicherheit seine Aufgabe erledigen, was Alexander Connett spielen kann. Besser, Pete. Hör dich. Nein. In der Wasser-Ehe. Lauft. Lauft. Puder, Pete. Wut. Gut. Ende. Ende. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.